Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Auch in diesem Monat wurde mir wieder eine Lootbox kostenlos zur Verfügung gestellt und zwar von unseren lieben Freunden von getdigital.de. Mehr Infos findet ihr in der Videobeschreibung, schaut da gern mal rein und da das Ganze kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, läuft dieses Video unter Hashtag Werbung bzw. Hashtag Sponsored. Das zum allgemeinen Vorgeplänke. Wir stürzen uns direkt in den Krieg, in den Krieg der Sterne und haben hier eine herrliche, was ist das, sind das Matroschkas? Ich glaube schon, oder? Das ist ja unglaublich, was es nicht wieder alles gibt, oder? Wir haben heute ein bisschen an der Kamera auch rumgespielt, haben mal ein bisschen was mit der Schärfe verändert und das bedeutet, wenn wir jetzt nah drin dran sind, dann erkennen wir gar nichts und hier hinten, Boom, Junge, Details, jede Feder der Ente lässt sich erkennen und ich denke mal, wir sehen trotzdem, welche ikonischen Charaktere. Hier auch auf etwas höhere Range, Freunde, dargestellt werden sollen. Wir machen das Ganze mal auf. Ihr wisst, ich bin nicht der größte Star Wars Fan. Ich bin ja damals groß geworden im Fantasy-Genre, sage ich mal, und da war schon alles am Anlaufen, ne? Das heißt, ich musste mich so ein bisschen entscheiden. Nehme ich jetzt Herr der Ringe, nehme ich Harry Potter oder nehme ich das Sci-Fi-Gelöte, ne? Und ich habe mich für Herr der Ringe entschieden. Bereue ich auch nicht. Mein Cousin war damals schon voll am Start, dann hatten wir PlayStation Games, dann haben wir uns im Wald noch mit Stöcken gekloppt und so weiter, ne? Und das war alles wunderbar. Und aufgrund dieses ganzen Herr der Ringe-Mittelalter-Booms hatte ich einfach keine Zeit für den ganzen anderen Kram. Dann kam irgendwann ein bisschen später über meine Tante noch Harry Potter dazu. Der war dann wirklich dabei, ne? Hat sich auch mit Stöckern gekloppt. Und dann ganz, ganz später über meine Freundin habe ich dann auch die Sci-Fi-Ecke mal wieder so ein bisschen entdeckt. Was ist denn das für eine Tüte, Freunde? Hier muss ich richtig... Achtung, mit CDs jetzt... Oh, Junge, das war ja Wahnsinn. Das konnte ich hier vorne jetzt nicht machen. Die ist immer noch nicht richtig offen. Freunde, was ist denn diese Tüte? Ist das auch Sci-Fi oder was? Hör mal, das ist ja unglaublich. Aber ich habe es geschafft, Freunde. Bin ein bisschen stolz auf mich. Ich habe es geschafft. Da der Beweis, ne? Und wir haben hier eine Aubergine, Leute. Großartig. Ich freue mich sehr. Die Ernte wurde eingefahren. Das ist was eher von den Neueren, oder? Oh Gott, wenn ich jetzt was sage. Ich werde enthauptet, ne? Ich werde einfach enthauptet. Ich weiß es nicht. Ich bin bei den neueren Filmen irgendwie gedanklich am Start. Lasst mal schauen, was drinne ist. Ah ja, ein Elefantenbaby. Oh! Na, das sieht mir aber auch eher böse aus, oder? Ist das Kylo Ren gewesen gerade? Nee, oder? Oh Gott. Oh nein, alles. Oh Gott, das will den Freunde. Apokalypse. Ja, in dem Trooper-Kollegen war jetzt hier Offizier McBoy. Und in Offizier McBoy, da war da mal so ein Baby Trooper. Oh! Ist Reed. Und da ist noch was drin. Das geht noch weiter, Freunde. Wir sind ja noch nicht am Ende. Da ist einfach noch was drin. Oh, Junge. Wie klein. Das ist ja halbes Reiskorn hier. Hör mal. Das ist natürlich toll. Ein Satz, liebe Leute, den ihr hoffentlich noch nie gehört habt. Und das ist eine unglaublich sweete Idee. Also, wenn ich jetzt alles davon auch richtig erkannt und oder zugeordnet hätte, dann wäre ich vermutlich noch ein bisschen mehr aus dem Häuschen, weil wie schön ist das, oder? Das ist ja auch so ein Momentgeschenk. Ja, das bringst du jemanden mit aus Gag, ne? Der einfach großer Fan ist. Und dann ist es so eine großartige Sache, dem einfach dabei zuzuschauen, wie der das aufmacht. Und dann, oh, da war jetzt noch ein Trooper drin und da ist Offizier McBoy. Das ist mein Lieblingscharakter, ne? Und das ist einfach geil. Das mag ich sehr, sehr gern. Wir hatten ja auch mal in einer herrlichen Lootbox dieses Formats, da hatten wir so ein Handtuch von per Anhalter durch die Galaxis, wenn ich mich nicht irre. Und das wurde dann auch größer, wenn man es ins Wasser geschmissen hat. Das war so ganz zusammengepresst, ne? Und habe ich das auch mitgenommen zu einem Kumpel, der hat eine Poolparty gemacht, hat er da reingeschmissen und alle standen drumherum und, boah, das Handtuch, ne? Das würde jetzt größer und entfaltet sich und so. Das meine ich so mit Momentgeschenken. Das finde ich geil. Kann man sich natürlich auch hinstellen. Ja, man kann jetzt auch diese Püppchen sammeln, das ist natürlich völlig klar. Aber ich finde, das sind dann immer auch gleich so Gags und Momente, die eben auch in Erinnerung bleiben, ne? Wenn man dann ein paar Jahre später darüber erzählt, dann fängt man immer an mit, ja, bevor wir dann alle strunzenvoll waren, ne? Weißt du noch? Hier mit der Matroschka und noch mit dem Handtuch im Wasser und da aber, und da ist man immer präsent, ne? Da bleibt man in Erinnerung. Das ist wie so ein Denkmal, das man sich selber setzt. Hahaha. Was will man da noch sagen, oder? Außer hol den Vorschlaghammer. Leute, wir holen jetzt erst mal den Superklempner. Mario. Da denke ich ja an unsere herrlichen Kartrunden im Stream. Und man kann nie genügend Stifte haben. Ich habe letztens festgestellt, beim Umzug sind auch all meine Kugelschreiber, Füller und Co. einfach abhanden gekommen. Und jetzt habe ich hier zum Glück noch einen. Ich habe mir dann so ein ganzes Säckchen voller Kugelschreiber bestellt, die alle nach, naja, einem Satz, der geschrieben wurde, leer waren, so nach dem Motto. Und jetzt hier von Super Mario. Wollen wir den auch auspacken? Ich bin heute ein bisschen in Auspacklaune, Leute. Ist immer ein gefährlicher Satz, wenn man nur einen Bademantel trägt. Ich weiß, aber ihr müsst mir da einfach vertrauen. Und ihr seht es ja auch gar nicht, ne? Ihr müsst dem Sound lauschen, Leute. Das ist so ein bisschen Mario auspacken ASMR. Das ist jetzt der New Shit, lade ich auch auf Spotify hoch. Und dann kann man dazu einschlagen. Das ist ein Genre ASMR auch, oder? Wie sich das entwickelt hat, Junge. Da schneiden Leute mittlerweile nicht nur Sand. Da essen sie auch Tintenfische. Oder es ist der Wahnsinn, wirklich. Also, das ist immer für mich super interessant zu beobachten, wie sich Genres, wie sich Künstler, wie sich Artists und Creator so entwickeln, ja? Mit der Materie drumherum gleichermaßen. Finde ich immer sehr, sehr spannend. Und, Leute, ich habe es geschafft. Hurra, hurra. Siehe da, es ist ein Stift. Konnte man von außen unmöglich erkennen. Deswegen musste ich das Ding jetzt nochmal auspacken. Aber wir wollen ja auch sehen, warte mal, wie schreibt der denn? Oder können wir den rausdrehen? Oder weil, ist ein Stift, ne? Ist noch nicht so viel los in dem Stift. Das ist das Problem dabei. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie zum Fick drücken? Äh, Freunde, das ist hier wieder, das ist, ah, eine Kunst für sich. Unten drehen. Guck mal. Unten müssen wir drehen. Okay, ich hätte halt schwören können, wir müssen irgendwas mit dem Geist obendrauf machen, ne? Ein Item klauen oder eben die Mine aktivieren. Aber nein, müssen wir nicht. Finde ich cool. Ist ein sehr, sehr cooles Gimmick, ja? Was man auf jeden Fall mal stehen haben kann. Und das findet auf meinem Schreibtisch einen sehr, sehr guten Platz. Und ich werde beim nächsten Unboxing-Bericht erstatten, ob der Stift noch hält, ne? Was er verspricht. Und ich denke, Stifte versprechen immer erst mal, dass sie schreiben, ne? So sieht's nämlich aus. Leute, wir haben, ich weiß nicht, was es ist. Ist es ein Handtuch? Ist es ein Fußabtreter? Nein, es ist eine Schürze. Und es ist eine Schürze? Nein, es ist doch wohl nicht Herr der Ringe jetzt. No. Doch, oder? Soll das Auenland oben heißen? Ja, Auenland Speiseplan. Was für eine ganz schlimme Schriftart. Aber natürlich passend zum Gesamtambiente. Und ich glaube, ich kenne den Hobbit, der diese Liste geschrieben hat. 7 Uhr Frühstück, 9 Uhr zweites Frühstück, 11 Uhr, 11 Uhr Imbiss, 13 Uhr Mittagessen, 16 Uhr, 4 Uhr Tee, 17 Uhr Abendessen und 19 Uhr Nachtmahl. Aus irgendeinem Grund kam mir gerade ein Apfel entgegengeflogen. Ich weiß nicht genau, warum. Wie schön. Ich liebe die gesamte Illustration, wenn ich ehrlich bin. Finde ich großartig. Ja, kann man, glaube ich, Herr der Ringe auch ein Stück weit drin erkennen. Und zwar recht zügig. Denn dieses schöne, ich sage mal auch angeschnittene, angefaulte, pergamentartige Drumherum. Ein bisschen eingerollt, schon schön. Und eine Schürze. Ja, Freunde, wir wollten das Wochenende jetzt eh auch mal grillen, bevor die Grill-Saison schon wieder vorbei ist. Und die werde ich auf jeden Fall einzuweihen wissen. Wie schön. Ist recht simpel. Aber es ist Herr der Ringe, Leute. Und da müssen wir gar nicht diskutieren. Das ist natürlich vor allem eins. Nämlich sehr, sehr geil. Könnte ich jetzt direkt wieder alle Filme gucken. Ey, ich habe auch irgendwo noch so, ich glaube, 10 CDs liegen, wo die ganzen Soundtracks drauf sind. Die habe ich mir früher auch manchmal schön beim PvP-Machen reingeballert. Reitest du dann los. Damals noch Ali gegen die Horde. Und dann... War geil. War geil, muss ich sagen. Und Auenland, Freunde, der Soundtrack Seescheier hieß es, glaube ich. Oh, Leute. Habe ich sofort im Kopf. Ja, geil. Kommen wir gleich zum nächsten. Und zwar ein herrliches Shirt. Und dieses herrliche Shirt, lasst mich überlegen, wie ich das am besten, am besten zeige. So, glaube ich, kann man fast alles erkennen. Sag mal, heute ist aber hier... Das ist ja unglaublich. Das Shirt hat keinen Bock auf mich, Freunde. Habe ich jetzt überlegt, ob ich es so mache. Guck mal hier, ein Shirt a la nice, oder? Man erkennt schon fast einen Charakter. Das ist ja unglaublich. Aber ich glaube, wir haben einen Spielautomaten und wir haben viele Charaktere, die allesamt Vampirjäger sind, oder? Vampire, Dämonen, ich würde sagen, ja. Und ich werde nicht einen benennen. Ich denke, der Anfang war für euch schon schlimm genug. Aber ich sag mal so, ich glaube, ich könnte drei zuordnen. Ich glaube, drei würde ich schaffen. Und die vorne, das sind eher so die neueren, oder? Ist das wieder was Richtung Supernatural und Co.? Ah, ich weiß es nicht. Aber was für eine tolle Idee wieder, oder? Alle spielen an diesem Automaten, wo es ja auch um Vampire geht. Ganz zweifellos, ne? Und dann richtig schön ab nach vorne. Ab ins Schloss, ab ins Castle, könnte man sagen. Sehr cool. Ich liebe die Ideen, ja. Nur schade für mich, dass ich mit Herr der Ringe schon vollends bedient wurde heute im Rahmen meiner Nerd-Ecke. Und deswegen den Rest nicht mehr so eins zu eins zuordnen kann und raffe. Aber das sind genau die Shirts, auf die ich Bock habe. Ja, das finde ich immer super. Das ist kreativ, das ist nerdy. Da sehe ich mich. Wir haben außerdem von Nick. Nein, von Nickelodeon. Das habe ich ja ewig nicht gesehen. Früher schön mit Spongebob oder auf der PS2, Leute. Ein bisschen Bowlen mit den Seifenblasenkugeln, toll. Und das ist Metallic Silver Stream. Ist das so ein Schleim? It stretches and snaps. Das müssen wir natürlich aufmachen. Das ist völlig klar. Leute, Nick war ja auch immer, und das konnte ich früher irgendwie nicht gucken. Ich weiß nicht warum. Haben wir das dann nicht empfangen? Kam das nur auf der US-Version? War ich zu blöd? Habe ich lieber WoW gespielt? Alles mögliche Szenarien. Und da war es ja so, dass sie immer so Slime Awards hatten, wo dann echt Promis waren. So Katy Perry und was weiß ich nicht, wer noch Lul. Und die wurden dann einfach mit Schleim übergossen. Und das war total geil. Wollte ich unbedingt sehen als Kind. Okay, wir haben jetzt hier diese Masse. Und es ist so ein bisschen wie Zement. Nur völlig anders. Ja, nur mal für die Vorstellung. Und ich suche gerade verzweifelt noch irgendeinen Hinweis darauf, ob ich das einfach aufmachen kann. Oder ob ich dann meinen ganzen Schreibtisch versauere. Aber Leute, wie sagen wir immer, alles für das Unboxing. Und wir wollten heute ein bisschen mehr auspacken. Deswegen machen wir das auch. Mal sehen. Äh. Ihhh, das ist ja wirklich schleimig. Oh nein. Oh nein. Leute. Äh. Das ist ja unglaublich. Okay. Da stand auch, es bounced, oder? Ja, also so ein bisschen. Das bounced wie ich, wenn ich so vom Hochhaus springen würde. Butz, Junge. So. Und dann Feierabend. Ja, bitte nicht nachmachen, Freunde. Hallo. Und das snapped auch, wurde gesagt. Lass mal sehen. Ja, gut. Das habe ich mir. Freunde, wenn es so aussieht unter der Dusche, ihr könnt euch Hilfe holen. Na, ihr müsst nur den ersten Schritt gehen. Dann wird das auch. Tja, das ist einfach so ein Metallic-Schleim-Ding, ne? Da kann man jetzt, wenn man so ein professioneller Clown wäre, könnte man jetzt was schönes basteln. Zum Beispiel, Achtung, Leute, Vorsicht. Das hier, das ist eindeutig, äh, Tyrande. Ja, guckt mal, mit ihren Stummelärmchen, ne, wie sie hier steht. Oder Mutter Mond, leih mir deine Kraft. Ja, so werden WoW-Cinematics erstellt, Leute. Eine schöne Tyrande-Figur, wenn ich jetzt ein Künstler wäre, ne? Könnte ich das für 70 Billionen Euro irgendwo verkaufen bei einer Auktion. Aber so muss Tyrande auf Mutter Mond wohl noch eine Weile warten. Und ja, da würde ich mich auch hinlegen wollen, ganz ehrlich. Da würde ich auch sagen, Nachtkrieger war gestern, jetzt bin ich der schlafende Silberblub. Und da fällt sie, Freunde. Oh, oh. Sieht nicht gut aus für die Nachtelfen, aber hoffen wir einfach mal das Beste. Ey, mit so einem Kram, ne? Hatte ich früher als Kind unglaublich viel Spaß. Das war im Mickey-Maus-Magazin, das war im Löwenzahn-Heft, das war in einer Mega-Hero oder, oder, oder. Ja, wie hießen die Zeitungen noch? K-Club und so weiter, der Wahnsinn. Und das Einzige, was ich daran nicht so mochte, war, wenn das einmal auf den Teppich kam meiner Eltern im Wohnzimmer, dann wurde dieser Schleim eins mit dem Teppich. Und, äh, ne? Lassen wir die Geschichte an der Stelle. Sehr interessant, was es nicht alles gibt. Und wir haben außerdem, oh, ein Kartenspiel. Kann das sein? Sammle 5 steht oben. Ich kenne nur Nimm 2. Jetzt gibt es auch Sammle 5. Von Spider-Man. Top Trumps. Trumps, ja. Trumps. Donald Top, man weiß es nicht genau. Mit einer schönen Box auch dazu. Das ist ja geil. Ich glaube, das packen wir an der Stelle mal nicht aus. Ähm, weil es sind Karten. Ja, es ist ein schönes Kartenspiel. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Oder? Gibt es ja auch mit allem mittlerweile. Er hatte früher auch die verschiedensten Kartenspiele. Hauptsache nicht das Normale. Hauptsache nicht so irgendwie mit König und Bube und Dame und so. Nee, schön irgendwie mit Anime-Figuren oder was weiß ich. Irgendwie mit Spongebob und Co. Hatte man auch immer so, so viele Kartenspiele dabei. Und hier richtig von Marvel mit Spider-Man. Cool. Coole Idee, coole Nummer. Habe jetzt einfach Angst gehabt, dass wenn ich das auspacke, die Karten 1 mit dem silbernen Schleim werden. Und dann habe ich so eine Art Privat-Venom erschaffen. Das wäre nicht so cool. So, was haben wir denn noch hier? Oh. Oh. Was haben wir denn hier in einer Extratüte? Ich weiß nicht genau warum. Aber hier war jetzt noch so eine extra Plastetüte drum. Und zwar, um diese Plastehülle zu schützen. Yay. Schlüsselhalter. Und zwar im Lego-Stil. Das ist sehr großartig. Klemmbausteine. Lasst das andere nicht den Helden hören. Und das finde ich cool, muss ich sagen. Das ist auch was, ja, ein bisschen bunt. Vielleicht ein bisschen zu bunt, ne. Wenn man jetzt eher wie wir eine eher schlichte Einrichtung hat. Mehr R ging jetzt nicht, ne. Weil es wird natürlich trotzdem alles mit Nürzeug vollgeballert. Aber wenn man eher so einen schlichten Stil hat und dann so bunte Lego-Steinchen. Weiß ich nicht, ob das was für jeden ist. Aber ich finde die Idee auf jeden Fall richtig, richtig schön. Und Buntheit ist erstmal immer eine tolle Sache für alle, möchte ich meinen. Und das finde ich cool umgesetzt. Ja, schön. Schlüsselhalter. Dann gibt es bestimmt auch noch dabei. Ah ja, wollte ich sagen. Irgendwie so ein zu klebendes Band. Und da sehen wir es auch nur in grün. Dass man das dann quasi an die Wand pappt. Und dann kann man die Steine da dran heften. Das finde ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und dann, Tyrande, was meinst du? Ja, Daumen nach oben, ne. Ganz klares Like an der Stelle. Auch von den Nachtelfen. Also wirklich schöne Idee. Muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr cool, was man da doch alles machen kann. Und ich stelle mir ja immer gern vor, dass man dann den ganzen Haushalt so ein bisschen danach ausrichtet. Ich meine, es gibt sehr bunte Nerd-Haushalte, wo wirklich alles zusammengewürfelt wird. Und ich stelle mir ja auch super viel, gerade was in den Lootboxen drin ist, mit hinten, ne. Und dann stelle ich mir aber auch andersrum gerne vor, dass es Haushalte gibt, die dann sehr fest an einem Franchise, an einer Welt festzuhalten, ja. Und wenn du dann so ein ganzes Lego-Merch-Zeug hast. Wir hatten ja auch letztens so eine Tasse, ne. Wo du schön Kakao trinken kannst und nebenbei baust du an die Tasse was dran. So und so alles einfach, ja. Außer vielleicht das Sofa und Co. Ja, wisst ihr, was ich meine. Das finde ich schon sehr, sehr cool, die Vorstellung. Wir haben außerdem, das ist ja auch eine sehr schöne Idee. Das ist sehr deutsch, muss ich sagen. Bewertungssticker. Zeige deine Bewertung offline. Nicht zu empfehlen. Das Produkt ist okay, aber der Verkäufer ein Idiot. Top Verkäufer jederzeit wieder. Ja, top Ebay. Schön allgemein gehalten auch, ne. Zwölf wetterfeste Sticker. Aber, oh schön. Damit werde ich natürlich keinen Unfug treiben. Das ist klar. Das ist aber schon eine geile Idee, oder? Das sind genau die Gags, auf die ich bocke. Aber einfach Bewertungen ausgedrungen. Sehr schön. Wir haben außerdem noch unser braunes Tütchen. Tyranne, du musst jetzt mal ein Stück bitte weggehen. So, da hinten kannst du ein bisschen entspannen. Und dann schütten wir mal unser braunes Tütchen aus. So. Oh, Junge. Das ist aber deutlich mehr, als ich erwartet. Ich glaube, das ist ja toll. Und wir haben hier Mais Snacks. Oh, Panojo. Das da oben sieht aus wie einer von den Rugrats. Wie hießen die später? All Grown Up, ne. Oder Grown Up. Das waren ja so Babys. Und dann waren die später im Teenager-Alter. War auch ganz cool gemacht. Konnte man so ein bisschen mit altern, ne. Interessante Serie gewesen. Ja, und das sind im Grunde Smacks einfach, oder? Wir wissen, was nach Smacks passiert. Grüße an Spargel an dieser Stelle. Aber cool, ey. Da habe ich richtig Bock drauf. So Weiß und Honig, ne. So ein bisschen gepufft. Das wird aber sowas von weg inhaliert, hör mal. Und dann haben wir hier... Ah ja, da gab es auch schon mal einen Aufkleber von. Einen Facehugger. Mit dem schönen Beizettel Free Hugs. Oder? Hugs. Genau. Ein bisschen kleiner hier, ne. So, Junge. Oh, jetzt scharf genug. Let's go. Und da hatten wir beim letzten Mal einen Aufkleber. Da stand nicht Hugs, also Gratis-Umarmung, ne. Sondern Gratis-Maske. War ja auch sehr, sehr gut. Let's go. Yo. Oh, was für schöne, schöne Items wieder. Habe ich irgendwas vergessen? Das Einzige, was wir nicht so richtig ausgepackt haben heute, das waren die Schlüsselanhänger. Weil das, glaube ich, eine klare Sache ist. Die Bewertungssticker und das Kartenspiel. Das heißt, wir haben auch schön ein bisschen reingeguckt, ne. Mal geschaut, wie das aussieht. Tyranne, kannst du bitte auch so ein bisschen der Linie hier treu bleiben? Das ist ja unglaublich, oder? Nimm sie den Daumen einfach wieder runter. Allgemein, sie lässt sich da ganz schön gehen in ihrer Ecke, oder? Das ist aber kein Sinnbild für uns. Alle andererseits hat sie sich eine Pause auch verdient, oder? Nach dem, was in letzter Zeit im Artenwald los war. Ja, dann haben wir noch unser Heftchen hier. Unser schönes Heftchen. Ich möchte euch an dieser Stelle gern nochmal die Homepage empfehlen. Unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut gern mal rein. Gibt es auch immer tolle Angebote, ja. Auch als der ganze Kram mit den Masken losging, hatten die so schnell so viele schöne Nerd-Motive, ja. Ihr könnt da tolle Lootboxen kaufen, einzeln, Abos abschließen, sparen, T-Shirts holen. Oh, super, ja. Dringend mal auschecken für euch selber oder als Geschenk. Ist schon eine schöne Idee. Dann haben wir hier diese Puppensets, genau. Die Matroschka, wunderbar. Klemmbausteine, die Vampirjäger. Ach, da wollten wir mal gucken. Warte. Warte, warte. Bei den Vampirjägern. So nämlich. Auf diesem Crossover-Motiv stehen Dean und Sam aus Supernatural. Guck da. Weiß ich original nur, weil wir im Stream immer mal drüber reden und ich das noch nie gesehen habe. Trotzdem erkannt. GG. Die Vampirjägerin Buffy. Die hätte ich erkannt. Ein grimmiger Blade. Und Van Helsing. Ja, das wären die drei, die ich auch noch zugeordnet hätte. Und Sasgecko aus From Dusk Till Dawn. Und Sasgecko aus From Dusk Till Dawn. Den kenne ich nicht. Für ein episches Duell an. Dabei muss leider nicht Edward aus Twilight dran glauben. Leider nicht. Lul. Sondern nur das berühmte Arcade-Spiel Castlevania. Im Castle. Bei dem man am Ende gegen Graf Dracula höchstpersönlich antritt. Wer wohl den Highscore schlägt. Sehr schöne Idee. Dann hatten wir die Püppchen und die Klemmbausteine. Dann hatten wir das Kartenspiel. Schön super Trumpf, Leute. Sehr, sehr cool. Unten die Bewertungssticker. Dann hatten wir diesen Schleim. Lavaknete soll das sein. Diese in Metalliktönen schimmernde Liquid Lava kannst du nicht nur kneten, sondern auch langziehen. In Ballform herumhüpfen lassen oder ihr im ruhigen Zustand beim Schmelzen zusehen. Oh. Ja. Das kann man. In der Tat. Nicht schlecht. Bin ich gleich wieder Fan so. Oder war ich schon immer. Aber habe ich Bock jetzt auf eine Lavalampe, ne? Ohne Witz. Ihr hättet so Bock auf Lavalampen. Das waren da im Grunde die Vorläufer von dem ganzen RBG LED Hype, oder? Diese Blubberblasensäulen und Lavalampen, Leute. So nämlich. Ja. Die Snacks sind dabei. Der Stift ist dabei. Sehr, sehr cool. Und es hätte auch noch ein Upgrade geben können. Oh, da wäre was mit Thor und Loki möglich gewesen. Cool. Ja, so viele schöne Ideen wieder dabei. Bin sehr zufrieden mit der Box. Super spaßig gewesen, das Ganze auszupacken. Und ich kann es immer nur wieder sagen. Ich hebe davon wirklich so gut wie alles auf. Und das kann man immer so schön, naja, zum einen sich natürlich selber hinstellen. Aber auch verschenken, wenn man so einen nerdigen Freundeskreis hat wie ich. Oder neulich gab es bei uns in der Nähe eine Tragödie. Da ist ein Haus abgebrannt. Und dann hatte ich noch so das ein oder andere Brettspiel stehen aus den Boxen. Und dann konnten wir da ein bisschen was spenden, ein bisschen was hingeben. Und habe ich beim letzten Mal schon gesagt, darauf sollte man natürlich nicht spekulieren und sich dann irgendwie Hoffnung machen, dass man als guter Samariter mit Brettspielen einspringen kann. Aber es ist so unglaublich vielseitig, was man doch mit diesen Boxen machen, erreichen und ja, auch schenken kann. Nämlich Freude in diesem Fall, dass es definitiv immer einen Blick wert ist. Und ich habe mich sehr gefreut. Einfach in diesem Moment, als ich mein Zimmer durchsuchte, ne, mein schönes Gamingzimmer und dachte, ey, die Lootboxen, die werden heute den Tag so ein bisschen, so ein bisschen aufhellen können. Und das ist, denke ich, schön. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen, vielen Dank für diese schöne Box. Und bis zum nächsten Mal. Schau raus!